Hallöchen, ich bin gerade ganz aus dem Häuschen, ich habe hier ein bisschen im Labyrinth des verrückten Königs herumgelungert, habe ein bisschen geguckt, was hier so gibt und ich habe tatsächlich einen Schwarz-Löwentruhen-Schlüssel bekommen, bei einem ganz normalen kleinen Mob, ich glaube das war ein Skelett. Also ich dachte es ist mal ein Video wert, denn ich habe seit Beginn des Release, da gab es die ja tatsächlich noch zu trocken, da war die Rate auch gar nicht so hoch, da hatte ich glaube ich zweimal welche bekommen, da war ich noch nicht mal Level 80 und jetzt einen neuen Schlüssel, ich bin echt baff, ich dachte ich zeige euch das nochmal hier da mein Schlüssel. Es lohnt sich sogar mal dann auch die Kisten, mal wieder eine Kiste zu öffnen, weil sonst ganz gratis die zu kriegen, also sonst gibt es ja die in Edelsteinshop, eine Zeit lang, ich weiß nicht ob sie sich geändert haben, da wollten sie es aber auf jeden Fall ändern, dass man sie nicht mehr bekommt, indem man immer wieder einen neuen Charakter erstellt und bis Level 10er Story das zu machen, damit man immer wieder einen Schlüssel auf jeden Fall kriegt für den Geschichts-Erfolg, also Story-Erfolg. Oh mein Gott, ich habe einen Schlüssel gekriegt, ich frage mich, ob ich den da gleich dann mal geöffnet war, als Erinnerung behalten einfach, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, Leute die hoffen und wissen nicht verloren, dass man die auch in Monstern kriegt, schaut selber mal, farnt mal ein bisschen, vielleicht kriegt ihr auch einen Labyrinth ein, vielleicht haben sie das hier extra was reingehauen oder so, ich weiß nicht. Oh, ein goldenes Gewehr, super. Ja, dann bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüssi!